Wir sehen hier Carolina Pascual aus Spanien. Karin, vielleicht auch ein, zwei Sätze zu den spezifischen Anforderungen mit diesem Handgerät, dem Sein? Also hier sind mal nicht die Gleichgewichtselemente in verschiedenen Variationen gefordert, sondern die Sprünge. Also es müssen drei verschiedene Sprungarten demonstriert werden und auch eine sogenannte Dreifachsprungserie, wobei dann Seildörschläge erfolgen müssen. Jetzt wird wahrscheinlich diese Sprungbahn kommen, ja. Jetzt hat sie einen leichten Katzer gehabt. Das ist sehr schwer, wie ich sie korteile und auch noch am Schluss. Das ist ja auch sehr riskant, wenn man am Schluss...